Der Gegner, der Gegner! Guck, guck, guck! Der IV ist ja Ibra und Henning. Das passt schon, der Einzel-Den. Aber ich spiel noch mit Niklas 6. 10 Jordan, links du, Kozuki rechts. Was ist denn hier los? Haben wir recht? Wir erfahren und brauchen das. Er hat zwei Sechser, zwei Sehner und ein Stürmer. Kommt, Weiß, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Gut, Memo! Klack, prima! Geil, Ibra! Play, play, play! Gut, Ibra! Oh nein! Geiler Ball! Gut, City! Hey! Gut, City! Hey! Gut, Henning! Raus da, raus da! Raus, raus da! Dagegen, dagegen! Komm, komm, komm! Komm, komm! Gut! Oh! Hey, hey! Schwolli, Schwolli! Spiel, Spiel! Gut, Ibra! Ja! Oh nein! Schwolli, Schwolli! Gut, Ruhr! Ja, ja! Top, top, top! Cool! Nein, nein! Schwolli! Komm, komm! Komm, komm! Fick das! Drei Blocker, Männer! Drei Blocker! Kusuki, Dauer! City, komm! Wir sind einmal mehr! Hä? Komm, alle rein! Warte, warte, Tobi! Mein Gott! Ich kann so ein paar versteckste Spiele nehmen! Hä? Kannst du schlechter sein? Träuter, träuter! Merkst du, hä? Jordan! Andi! Geh du hoch gegen den Ball! Ja! Tower links, Tower links! Vier Blocker! Ja! Raus, Männer! Raus! Das ist mit dem Rechtszimmer! Komm, Männer! Zum Ball! Ja! Ja! Schau mal aus! Doppelt! So, los! Doppelt! Himmann! Rock! Zeit! Hintermann! Zeit! Ja, Bruder! Drehen, drehen! Komm, rein! Pass, pass! Mann! Komm dran, Leihmänner, komm! Gut, kurz okay. Pass! Pass, pass, pass! Klaas, Thomas! Mach ihn! Schieß! Super! Gut, Junge! Gute Spiel! Anni muss schießen, das ist die Sekunde. Hey, wer ist hier? Juni kommt, Juni kommt! Ja, gut gespielt. Natürlich noch ein bisschen größer Unterschied als wir. Wie groß die alle sind, guck mal uns an. Alle im Durchschnitt 1,50. Die Alten sind hier vor. Wir machen jetzt zweimal sechs Minuten Kopfballspiel. Wo natürlich jedes Tor zählt. Dann können wir noch alles wieder revidieren. Die Alten haben hier die Kopfballspieler. Da neben dem Tor die Anwerfer. Wir haben die richtigen Kopfball-Ungeheuer, Männer. Ey, Ding! Ey, Tor, Mann! Was denn? Ihr habt doch gar nicht berührt. Ja! 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 Und Henning! Gut gelebt, Henning! Geil, bra! Sonst hätte ich den gehalten. Gut! Ja! Die Tor ist rechts ein. Ganz stark, ganz stark. Joly auch mal einen halten! Hier geht noch, hier geht noch! Lass ihn! Lass ihn rein! Alter, ey, das war eine Fresse! Hat den rausgehauen? Ja! 18, los! Oh ne! Ich bin's cool hier! Ah! Komm, Jordan! Hey, Tom, Juni, was ist denn los, ey? Ja, kein Problem. Ja, Bruder, wir müssen aufholen. Ja, Johnny! Ja, aber was macht denn Senni hier? Was macht denn Senni? Was macht denn Senni hier? Was macht denn Senni? Ja, was denn, der rennt doch in den Reihen. Hä? Ja, rennt in den Reihen, ja. Nein, nein, nein! Bei Gott 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 nein, ich schwöre. Er war nicht. Ja klar, aber er zählt nicht. Ich hasse sowas, Alter, ich schwöre. Ich wollte ja nicht zu dir spielen, ich wollte ja Darien spielen. Hä? Ja, Mann, an dir lag's nicht. Ja, zwei, drei Dinge waren ein bisschen komisch, aber... Ich mach dir keinen Fokus. Ey, wenn der redet, dann weiß man alles, das ist die Ironie, das ist super. Nein, nein. Schade. Schade. Ich schwöre, nervt mich nicht. Nach alle kann ich schneiden und provozieren. Du kannst nichts sagen, deswegen... Ich hab alles getan. Ich hab alles getan. Ich hab alles getan. War gar nicht so schlecht. Komm, geh weg, ich schwöre, sonst rastst du gleich komplett raus. Tommi, egal was die anderen sagen, es war nicht so schlecht. Hey, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab alles gehielt, ich hab alles gehielt. Ja, 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 ja. Ich komme für, bitte...